Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskelburg. Unterschiede in der Hardware, Teil 1 von 3 oder Gehirn, Gene, Schulerfolg. Unterschiede in der Hardware, Teil 1 von 3 oder Gehirn, Gene, Schulerfolg. Im Buch der Bücher könnt ihr im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 29, die folgenden Worte nachlesen. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird genommen, was er hat. Ganz offensichtlich wussten schon die Verfasser der Bibel, dass die Welt letzten Endes eben doch nicht gerecht ist. Dass diejenigen, die schon sehr viel haben, denen wird im Laufe ihres Lebens noch mehr gegeben, sodass sie am Ende in Fülle leben können. Während auf der anderen Seite diejenigen, die in Armut hineingeboren wurden, deren Unglück vergrößert sich noch. Also denen ergeht es zumindest subjektiv so, dass man ihnen noch mehr nimmt, sodass sie am Ende mit fast gar nichts mehr dastehen. Und dass dieses Phänomen für materiellen Reichtum zutrifft, das ist wohl schon seit Ewigkeiten so. Das weiß man auch nicht erst seit Pisa, wo sich auch in der letzten Erhebung wieder gezeigt hat, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Hinsicht auf die Bildungsmöglichkeiten, die Bildungschancen in Deutschland ja besonders groß ist. Ganz offensichtlich können reiche Eltern ihren Kindern bessere Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung geben. Sie können ihnen teure Bücher kaufen, sie können teure Nachhilfe finanzieren. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr Zeit, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen, sie beim Lernen zu unterstützen, weil sie ja nicht zwei oder drei Jobs gleichzeitig ausfüllen müssen, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Dass das also für materiellen Reichtum gilt, das leuchtet uns allen ein, das ist uns allen klar. Was uns häufig nicht so bewusst ist, ist, dass dieser sogenannte Matthäus-Effekt, basierend auf dieser Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, dass dieser sogenannte Matthäus-Effekt eben auch für geistigen Reichtum, für kognitiven Reichtum zu erwarten ist. Dass er zum Beispiel zu erwarten ist für das Lesen. Und wenn ihr euch an die Episode zur Psychologie des Lesens zurückerinnert, dann wisst ihr vielleicht noch, dass ich damals diesen Matthäus-Effekt und diese Bibelstelle schon einmal zitiert habe, und zwar in Anlehnung an die Thesen des amerikanischen Leserforschers Keith Stanovic, der gesagt hat, ja, beim Lesen gibt es diesen Matthäus-Effekt eben auch, weil Lesen zum einen ja die Kulturtechnik schlechthin ist, mit der wir uns wissend aneignen, und wenn man das gut kann, dann hat man prinzipiell schon einen Vorteil. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass mit der steigenden Menge an Wissen, die man sich durch das Lesen aneignet, man erhält dadurch noch einen weiteren Vorteil, denn Wissen, beziehungsweise das sogenannte bereichsspezifische Vorwissen, ist, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, ich werde es immer wieder sagen, weil es so wichtig ist, das bereichsspezifische Vorwissen ist vielleicht der wichtigste Prädiktor überhaupt für den weiteren Erwerb von Wissen, für Lernerfolg. Denn unser Gehirn, beziehungsweise unser Gedächtnis, funktioniert eben nicht wie ein Schuhkarton, der irgendwann voll ist, wenn ich ihn vollgestopft habe mit Wissen, sondern ganz im Gegenteil, es funktioniert wie ein paradoxer Schuhkarton, der immer größer wird, immer mehr Fassungsvermögen erhält, desto mehr Wissen ich da reinstecke. Man kann es sich auch so vorstellen, dass wir Wissensnetze zu einzelnen Themenbereichen in unserem Gehirn haben und je größer so ein Wissensnetz ist, desto mehr Oberfläche hat es ja und je mehr Oberfläche etwas hat, desto mehr Andockpunkte gibt es dann für weitere Wissensbausteine und somit ist es natürlich klar, je mehr ich zu einem Bereich schon weiß, desto leichter fällt es mir dann noch weiteres Wissen daran anzudocken. Und so wie das Lesen von Vorteil ist, wenn es darum geht, sich Wissen anzueignen, sich Vorwissen anzueignen, so ist eben auch die Intelligenz einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um die Aufnahme von großen Informationsmengen geht, wenn es darum geht, neue Probleme zu lösen, wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen. Und das ist ja im Grunde nichts anderes, als sich neues Wissen anzueignen und somit kann man eben auch bei der Intelligenz davon ausgehen, dass es zu einem sich selbst verstärkenden, zu einem sich aufpotenzierenden Prozess kommt, sodass am Ende tatsächlich die Intelligenteren, die in der Hinsicht reicher Ausgestatteten, aus welchem Grund auch immer, das wird der Gegenstand dieser und der nächsten Episode sein. Wie viel machen die Anlagen aus, also die Gene und wie viel ist dabei auf die Umwelt zurückzuführen? Wer über eine höhere Intelligenz verfügt, dem fällt es nun mal wirklich leichter, sich Wissen anzueignen. Und zwar nicht nur subjektiv. Also ihr kennt es, manche sitzen da im Matheunterricht und sagen sich, oh, jetzt hat es der Lehrer einmal erklärt, jetzt reicht es aber, ja, ich brauche es jetzt nicht noch ein zweites Mal hören, weil ich habe es beim ersten Mal verstanden. Ja, das ist Kinderkram, das ist easy. Daneben sitzt dann einer, der, ja, der versteht nur Bahnhof und der hätte gern, dass es der Lehrer mindestens zweimal erklärt. Ja, dem fällt es subjektiv deutlich schwerer, das, was da gerade an neuen Informationen kam, zu verarbeiten. Und dass es eben nicht nur subjektiv so ist, sondern tatsächlich auch objektiv, ja, dass man in den Gehirnen tatsächlich nachweisen kann, dass Gehirne von intelligenteren Menschen etwas effizienter arbeiten. Mit anderen Worten, dort nicht so viel Energie verbraucht wird, das hat man tatsächlich nachweisen können durch Studien, bei denen man Menschen in den MRT, in den Magnetresonanz-Tomografen reingesteckt hat, also in so einen Gehirnscanner, ja. Und da konnte man beobachten, dass diejenigen, die eine höhere Intelligenz hatten, die taten sich, oder deren Gehirne taten sich beim Lösen von Intelligenztestaufgaben tatsächlich einfacher, mit anderen Worten, deren Gehirne haben bei diesen Aufgaben nicht so sehr aufgeleuchtet, bei denen, falls ihr solche Gehirnscanner-Bilder schon mal gesehen habt, dort ist es ja immer ganz schön zu sehen, dort, wo alles rot ist, ja, da ist viel Aktivität. Und bei weniger Intelligenten, in deren Gehirnen, kann man dann beim Lösen von Intelligenztestaufgaben beobachten, dass da eine große Aktivierung stattfindet, und überall, wo es rot aufleuchtet, dort finden Stoffwechselprozesse statt, also dort wird tatsächlich mehr Energie verbraucht. Während bei intelligenteren, da, ja, da leuchtet deutlich weniger auf, denen fällt es auch objektiv gesehen wesentlich leichter, bestimmte Aufgaben zu lösen. Bis zum nächsten Mal. Die Neural Efficiency-These Die These, die besagt, dass die Gehirne von intelligenteren Menschen etwas effektiver arbeiten, dass die tatsächlich zutrifft. Interessant ist jetzt an der Stelle auch noch der Hinweis, dass man Ähnliches vermutet und es gibt auch schon den einen oder anderen Hinweis, dass man Ähnliches in Hinsicht auf das Vorwissen vermutet. Das heißt, dass wenn ich mich in einem Gebiet sehr, sehr gut auskenne, dass auch dann mein Gehirn, wenn es um solche Aufgaben aus diesem Gebiet geht, dass auch dann mein Gehirn wirklich nicht so viel Energie verbraucht. Auf der subjektiven Ebene, denke ich, ist es schon relativ klar, wenn ich mich in einem Gebiet sehr gut auskenne, wie gesagt, dann fällt es mir auch wirklich ein bisschen leichter, da neue Sachen zu lernen. Der Schluss, den man jetzt daraus ziehen kann, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich vielleicht so zutrifft, der Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass ich als weniger intelligenter Mensch, wenn ich also Schwierigkeiten habe mit Intelligenztests, dass ich dann diese Nachteile, die ich dann eventuell wirklich habe, dass ich die durchaus im Alltag kompensieren kann durch ein Mehr an Interesse und an Motivation. Also ich muss mir das dann im Matheunterricht vielleicht wirklich zweimal erklären lassen oder ich muss mich daheim dann nochmal da intensiver ransetzen. Aber wenn es mir gelingt, durch dieses Mehr an Motivation, mir diese Informationen, dieses Wissen dann auch zu besorgen und vielleicht sogar ein Stück weit mehr Wissen zu besorgen, sodass ich über mehr Vorwissen verfüge als jemand, der zwar sehr intelligent ist, aber sich ja nicht besonders anstrengt, dann kann ich wirklich ähnlich leicht mit gewissen Inhalten umgehen, obwohl ich in einem Intelligenztest vielleicht jetzt nicht so perfekt abschneiden würde. Das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass man wirklich bestimmte Defizite durch Anstrengung, durch Motivation wettmachen kann, auch in Mathematik. Leider glauben da viel zu viele, dass das voll und ganz von der Intelligenz abhängt. Und sie glauben das auch und nicht zuletzt aufgrund von einer Vielzahl von Studien, die im Übrigen auch ein Hinweis darauf sind, dass dieser Matthäus-Effekt tatsächlich zutrifft. Sie glauben, dass aufgrund einer Vielzahl von Studien, in denen man die Werte aus Intelligenztests korreliert hat, also in Zusammenhang gebracht hat mit den Schulnoten und anderen Faktoren schulischen Erfolgs. Schauen wir uns mal solche Studien an und gucken mal, wie man sie interpretieren sollte. Zunächst gibt es Studien, in denen man tatsächlich sehen kann, dass die Schulbesuchsdauer, wie lange ich an der Schule bleibe, die korreliert ziemlich hoch mit den Intelligenztestwerten. Dann gibt es auch einen hohen Zusammenhang zwischen dem Schulabschluss. Habe ich also einen Hauptschulabschluss, habe ich eine mittlere Reife oder habe ich ein Abitur? Auch das korreliert mit anderen Worten, auch hier findet man, dass diejenigen, die einen hohen Abschluss haben, dass die häufig in einem Intelligenztest ziemlich gut abschneiden. Und zu guter Letzt, auch das verwundert dann nicht mehr, findet man mittlere bis hohe Korrelationen zwischen den Schulnoten, zwischen den Noten in Mathe, Deutsch etc. und den Werten in Intelligenztests. Jetzt muss ich an der Stelle unbedingt zwei Hinweise geben. Erstens, das sind Korrelationsstudien. Das heißt, wir konzentrieren uns dabei immer auf die Untersuchung einer Gruppe. Das heißt, ich kann aufgrund dieser Ergebnisse für den Einzelfall, wenn mir jemand jetzt den einen Schüler präsentieren würde, würde mir sagen, okay, hier ist der Schüler Florian, der hat in Mathe schon seit drei Jahren eine Fünf. Jetzt sag mir mal, aufgrund deines Wissens über diese Korrelationen, sag mir mal, was für einen Intelligenztestwert wird er erreichen? Dann muss ich antworten, ich kann dir darauf keine klare Antwort geben. Ich kann dir aufgrund dieser Studien eine Vermutung, ich kann eine Wahrscheinlichkeitsaussage machen. Ich kann sagen, ich vermute, dass er wahrscheinlich wirklich nicht so gut in einem Intelligenztest abschneiden würde. Damit kann ich aber völlig falsch liegen. Es kann sein, dass er trotzdem in einem Intelligenztest sehr gut abschneidet. Denn für schulischen Erfolg spielen eben noch ganz andere Faktoren eine ganz entscheidende Rolle. Zum Beispiel die Motivation für das Fach Mathematik. Vielleicht sagt er, ich hatte damals in der fünften Klasse einen schrecklichen Mathelehrer und seitdem mache ich überhaupt nichts mehr dafür und konzentriere mich lieber auf andere Fächer. Es kann aber auch sein, dass er Probleme mit der Freundin hat oder dass sich seine Eltern getrennt haben, dass ein Elternteil gestorben ist. Das sind so viele Faktoren, die ich für den Einzelfall mir erstmal genau angucken muss, bevor ich da zu einer Aussage komme. Von daher immer sehr, sehr vorsichtig sein, aufgrund solcher Studien dann Schlüsse auf den Einzelfall zu ziehen. Der zweite Hinweis ist meines Erachtens noch sehr, sehr viel wichtiger. Und zwar ist es bei diesen Zusammenhangsstudien immer wieder verlockend, Aussagen über die Kausalität zu machen, also die Kausalrichtung zu machen. Das kann man aber aufgrund dieser Zusammenhangsstudien nicht machen. Ich kann keine Aussage machen darüber, dass die Intelligenz die schlechte Mathenote nach sich zieht oder kausal verursacht. Das kann ich nicht machen und führt leider häufig zu riesigen Missverständnissen. Diese Korrelationsstudien zwischen Intelligenz und Schulnoten werden meistens so interpretiert, dass man sagt, Okay, es ist ganz offensichtlich, die Intelligenz bestimmt letzten Endes, wie gut meine Noten in Mathe, Deutsch etc. sein können. Und da die Intelligenz, das ist das, was da meistens ein bisschen mitschwingt, da die Intelligenz ja zum größten Teil vererbt wird, kann ich also somit sowieso keinen Einfluss nehmen darauf, wie meine Schulnoten sind. Von daher, ja, dann lasse ich es halt. Also was sollte ich mich da groß anstrengen, wenn da sowieso schon alles entschieden ist. Das ist der größte Fehlschluss, der häufig aus diesen Korrelationsstudien gezogen wird. Könnte es nämlich nicht einfach auch andersrum sein? Könnte es nicht so sein, dass die gute Mathematiknote eines Schülers, nehmen wir jetzt wirklich mal das Beispiel eines guten Schülers, ja, der hat in Mathe wirklich eine 1 oder eine 2. Könnte es nicht sein, dass diese gute Note ein Indiz dafür ist, dass sich dieser Schüler intensivst mit dem Fach Mathe auseinandergesetzt hat, dass er sich nachmittags hingesetzt hat und Matheprobleme gelöst hat, ja, und damit eben sein analytisches Denken, seine Problemlösefähigkeiten trainiert hat. Und dieses analytische Denken, diese Problemlösefähigkeiten, das ist genau das, was in einem Intelligenztest, zumindest zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil, abgefragt wird. Mit anderen Worten, der hat durch sein Knobeln und Problemlösen genau die Fähigkeiten trainiert, die er braucht, um in einem Intelligenztest gut abzuschneiden. In dem Falle ging also die Kausalrichtung genau in die andere Richtung, und zwar von, ja, nicht direkt von der Schulnote, aber von dem Aufwand, den ich betreibe, um die gute Schulnote zu bekommen, in Richtung zu den Intelligenztestwerten. Und dass das zumindest zu einem Großteil so ist, ja, dafür spricht die Tatsache, dass wir durch die Schule, durch das kognitive Training, das wir in der Schule erhalten, ja, wer hätte es gedacht, durch die Schule werden wir tatsächlich intelligenter. Ja, wir erhalten fünf Tage in der Woche, sechs Stunden kognitives Training, das macht uns intelligenter. Um es noch krasser auszudrücken, wenn ich zwei eineige Zwillinge habe und etwas tue, was aus moralischen, ethischen Gründen nicht möglich ist, und die nach der Geburt trennen würde, und den einen, den stecke ich in ein Bergwerk, wo er unter Tage arbeiten muss und ganz wenig Kontakt zu anderen Menschen hat, und den ganzen Tag nur körperliche Arbeit verrichten darf. Und somit er, ja, geistig kaum stimuliert wird. Wenn ich den anderen nehme und den für 13 Jahre in eine gute Schule stecke, wo er wirklich, ja, genau die Stimulation bekommt, die er braucht, ja, dann werden die beiden eineigenen Zwillinge, die also zu 100% genetisch identisch sind, und ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass eineige Zwillinge normalerweise bei solchen, wenn die nach der Geburt getrennt werden, dass die normalerweise dann später, wenn man sie testet, in Intelligenztests erstaunlich ähnliche Werte erzielen. Ja, das liegt aber meistens neben der aktiven Gen-Umwelt-Beziehung auch daran, dass die, wenn sie getrennt werden, ja nicht unbedingt in völlig unterschiedliche Settings, nicht in völlig unterschiedliche Umgebungen gebracht werden. Ganz im Gegenteil. Häufig ist es so, dass die dann, dass der eine Zwilling in einer mittelständischen Familie landet und dort dann das Gymnasium besucht, während der andere Zwilling, der landet eben in einer anderen, ja vielleicht auch mittelständischen Familie, wo also die Rahmenbedingungen, auch was den sozioökonomischen Status angeht, ziemlich gleich sind. Und er besucht eben auch ein Gymnasium. Und von daher ist es dann nicht mehr verwunderlich, dass die Intelligenzquotienten kaum auseinanderdriften im Laufe der Beschulung. Wenn aber jetzt die Umwelt extrem unterschiedlich ist, wie bei diesem Zwillingsbeispiel, das ich genannt habe, und in manchen Studien gibt es tatsächlich solche statistischen Ausreißer, bei denen die Umwelten tatsächlich enorm unterschiedlich sind, dann ist wirklich mit einem großen Intelligenzunterschied zwischen diesen beiden zu 100% genetisch identischen Menschen zu rechnen. Denn es ist wirklich so, dass je größer die Umweltunterschiede, je größer der Einfluss der Umwelt ist, desto geringer, desto mehr geht der Einfluss der Gene zurück. Jetzt wird der eine oder die andere sagen, Moment mal, ich habe aber gehört, und das habe ich jetzt schon häufig gehört, dass man davon ausgehen kann, dass die Gene und die Umwelt jeweils 50% ausmachen. Ja, also 50% der Intelligenz wird durch die Gene erklärt und 50% durch die Umwelt. Ja, das stimmt. Also es gibt eine Menge Studien, auch Zwillingsstudien, Adoptionsstudien, wo man sagt, ja, circa 50%, manchmal sogar ein bisschen mehr. Im Laufe des, je älter man wird, desto größer wird tatsächlich auch der Einfluss der Gene. Diese Studien gibt es, und das ist auch richtig. Allerdings darf man diese Zahlen nicht missverstehen und glauben, dass man jetzt aufgrund dieser Studien für den Einzelfall sagen kann, ja, hier, das ist der Florian, und bei ihm sind also 50% auf die Gene zurückzuführen und 50% sind auf die Umwelteinflüsse zurückzuführen. Nein, auch hier geht das wieder nicht, denn auch hier muss man sagen, wir haben Gruppen untersucht. Und diese 50-50-Aussage ist im Grunde ja eine Art Durchschnittswert, und wie das im Einzelfall aussieht, das können wir nicht sagen, und es wäre auch sinnlos. Außerdem muss man auch dazu sagen, dass diese 50-50-Aussage keineswegs in Stein gemeißelt ist, sondern immer davon abhängig ist, wie groß die Varianz der Umwelteinflüsse, wie unterschiedlich die Umwelteinflüsse in der untersuchten Gruppe sind. Und die Varianz der Umwelteinflüsse, die kann durchaus von Land zu Land, von Region zu Region, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein. Das heißt, diese 50-50-Aussage ist auch nicht in Stein gemeißelt. Die Gene spielen erst dann oder vor allem dann eine Rolle, wenn die Umweltbedingungen relativ gleichmäßig sind und vor allem, wenn sie relativ gleichmäßig gut beziehungsweise sehr gut sind. Wenn wir alle, das ist ein bisschen paradox, aber je besser unser Bildungssystem für alle wird, desto früher stoßen manche Menschen an die oberen Grenzen, die die Gene zulassen in Hinsicht auf ihre Intelligenz. Je besser unser Bildungssystem wird, desto größer wird der Einfluss der Gene. Denn die Gene können vor allem die Grenzen setzen. Die stecken ab, wie viel ist möglich. Von daher ist es wirklich so, je besser die Verhältnisse für uns alle werden, desto früher stößt der eine oder die andere an sein oder ihr Leistungsmaximum. Was man dagegen machen kann, habe ich schon angedeutet, Stichwort Vorwissen und eben nicht sagen, ah, jetzt habe ich schon so viel gelernt, jetzt ist mein Kopf voll, jetzt geht nichts mehr rein. So ist es nicht. Je mehr wir wissen, desto einfacher fällt uns das Lernen. Und dass die Intelligenz eben auch nicht alles ist, das werden wir in der nächsten Episode sehen, wo wir auch sehen werden, dass die Korrelationen, der Zusammenhang zwischen Erfolgsfaktoren im Leben, dass die bei weitem nicht mehr so hoch sind, wie die Zusammenhänge zwischen Schulerfolg und den Werten in Intelligenztests. im Rahuli im 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.